Untertitelung des ZDF, 2020 Was soll ich jetzt tun, Jungs? Menschen lieben Vampir-Zeugs. Aber ich glaube, dass die Leute einen Haufen Geld für ihre Sicherheit bezahlen und du dein Haus nicht verlieren willst. Wir engagieren einen Schauspieler. Gut, ich werde es tun. Nicht du. Na, wir haben den Vampir eingepackt. Genau hier, in den Haus Hacker. Was soll ich tun? Auf ihn in den Sicherungskanten. Wo rein? Ins Gewurzregal. Ist die Arme ihr T-Shirt vergessen? Wenn die Sonne untergeht, wird es irre. Ah!